Jo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Eigentlich wollte ich heute, da ja gesagt, sagen wir jetzt mal so, da gesagt, am meisten gesagt wurde, ich sollte die Old Republic machen, wollte ich heute den ersten Part aufnehmen. Und ja, das ist irgendwie, naja, dieser Mod. Ich zeige euch mal einfach was. Wir haben hier Galaxieeroberungen, nehmen wir jetzt mal einfach das. Ich mache jetzt einfach mal auf easy. Wie ihr seht, wir haben hier die ganzen, ja, die Fraktionen. Die Fraktionen, die wir schon kennen aus dem Testvideo. Und zwar, das gibt, ungefähr ein paar Sachen, die mich ankotzen. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier. Oder sagen wir jetzt mal zum Beispiel, ja, guck mal. Ich meine, es ist einfach scheiße, weil wir können, wir sind ja eigentlich jetzt in der Vorgeschichte, sagen wir mal, Old Republic, Alte Republik. Ich glaube, das ist sogar die Vorgeschichte. Ich kenne mich jetzt da nicht aus. Wie gesagt, wir können sogar noch Einheiten von dem normalen Imperium bauen. Also, wir sind viele Sachen einfach unsichtbar, hier, wie ihr seht. Genau das gleiche mit den Bodentruppen. Bei den Bodentruppen haben wir gar nichts von dem neuen. Also, es ist von der Old Republic. Timemawler. Na, und das Einzige, was mich auch noch, was mich ziemlich ankotzt. Das zeige ich jetzt mal. Und zwar, jedes Mal, habe ich bis jetzt so gesehen, nächstes Mal, wenn wir eine Raumschlacht machen. Ihr seht, es ist alles unsichtbar. Das ist bescheuert. Weil die ganzen Einheiten eigentlich dafür nicht ausgelegt sind. Also, der Mod ist eigentlich nicht ausgelegt für Gelaxierung. Und zwar, was mich richtig ankotzt, seht ihr wahrscheinlich jetzt schon. Der Planet ist viel zu groß. Wir sitzen im Planet drin. Guckt. Wir sind im Planet drin. Und sowas sieht einfach, es sieht nicht nur hässlich aus, sondern ich kriege davon Kopfschmerzen. Das ist das Schlimmste. Und ich habe keine Lust aufzunehmen und dann dabei Kopfschmerzen zu bekommen. Ich meine, guck mal. Wir sind, ja, wir sind im Planet drin. Hier sehen wir nichts vom Planet. Da unten sehen wir was Blaues. Das ist bei allem so. Ja. Das ist halt dementsprechend das Problem. Äh, so wie das die ganzen Einheiten aus dem Gefecht fehlen. Zumindest die meisten. Und es einfach scheiße aussieht. Ganz ehrlich. Also, da weigere ich mir wirklich richtig, das zum Beispielen. Weil es einfach hässlich aussieht mit dem Planet. Ich bekomme Kopfschmerzen davon. Und ja. Ne, es gibt ja nichts anderes. Kampagne kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Steht hier auch. Gelaxierungbogen funktioniert halb. Es fehlen so viele Einheiten. Ich will mal kurz was gucken. Ob es beim Gefecht auf dem Boden überhaupt Einheiten gibt. Weil ich meine schon Mod spielen, der beides bietet, ne. Weil ich habe keine Lust eigentlich nur. Die Raumschlachten und da funktiert. Es funktioniert ja wirklich. Eigentlich nur halb. Es sind nur die halben Einheiten da. Aber wie ich sehe, wir haben hier nichts Neues. Es ist alles das Gleiche. Hier fehlen einfach die Bilder. Sagen wir jetzt mal so. Also das Einheitenfenster. Es ist auch schon teilweise passiert, dass wenn ich gewisse Einheiten benutze, dass das Spiel abstürzt. Weil der Mod dafür nicht ausgelegt ist. Na, wollte ich jetzt nur mal sagen. Ich meine, es dauert jetzt drei Minuten. Ja, also wie gesagt, der Mod funktioniert nicht für Gefechte. Kann ich gerne aufnehmen im Raum. Das funktioniert, das haben wir schon gesehen. Ja. Dann würde ich halt sagen, dann fange ich jetzt einfach heuer heute noch. Oder? Vielleicht denke ich mal, ich fange heute, glaube ich, noch die Geaxieroberungen an, die ich mir vorgenommen habe von, ja, was ich mir halt vorgenommen habe. Das wollte ich jetzt nur noch mal sagen, extra für die Leute, die Old Republic sehen wollten oder die anderen, die jetzt nicht in die Kommentare geschrieben haben. Wie gesagt, der Mod fällt aus. Ihr habt es gerade gesehen, was damit ist und es sieht einfach scheiße aus. Also nicht, nicht jetzt hier, die Textur und alles, es sieht natürlich richtig geil aus, wie ihr seht. Und es fängt dann zu laggen, warum auch immer. Ähm, naja. Ich verabschiede mich hier. Ich wollte es euch, wie gesagt, nur mal zeigen, dass ihr nicht wundert, warum ich kein Old Republic mache. Dann habt ihr auch einen Beweis, sagen wir jetzt mal so. Und dann sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao.